ARD Text im Auftrag von Funk 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 was? Early Bird Catches Dwarf? Es ist nur eins von denen mit den längeren Buchstaben. Leute, Leute, das Sprichwort gibt's im Englischen nicht, glaub ich, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurf. Early Bird Catches Dwarf. Komm, eine Runde noch irgendwas. Bin grad komplett lost, by the way. Ich will, ich will, ich will Horst nehmen. Soll ich für die Memes nehmen? Keine Ahnung. Ja, gib mir das Horst los. Komm, ich geh fürs Memen. Jungs, nicht das Pferd, oder? Wenn's jetzt das Pferd ist, weil das Surname ist es nicht. Das war meine Antwort. Oh, fuck. Als ob es das Pferd ist. Als ob es das Pferd ist. Oh my God. Ich musste es sein. Ich musste es sein. Komm, noch eine Runde, noch eine Runde. War lustig. Wo bist du im Busch? Wait, wait. Dafür gibt's erstmal, ne? Busch geht erstmal. Nein, kein Ding. Ja, kein Ding. Washington. Danke, Mau. Hä? Danke, Mau. Ich hab gedacht, so dumm kann niemand sein und da einfach Washington reinschreiben. The University offers a bizarre License. The License entitles you to Hunt's Blank. Ehre, wer Josh hinschreibt. Das ist ein Chipper. Das ist ein Chipper. Das ist ein Chipper. Das ist ein Chipper, ja. Das ist ein Chipper. Das ist ein Chipper übrigens. Das ist ein Chipper übrigens. Die Grammatik ist einfach komplett gestorben. So wie du gerade. Du müsst übrigens eine Kategorie auswählen. Oh. 4500 in einer Runde, ihr Bitch-asses. Ihr seid immer... Ah, ja, Bitches. Kann jemand von... Kann jemand von... Kann jemand von uns... ...ins allen... ...ein... ...falten und ich kurz mal... ...sagen... Das Ding ist, du bist halt trotzdem letzter. Ja. 4500 in einer Runde, ihr Bitches. Hallo Mire. Tschüss. 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 Sicht.